Die Kirche In Frankreich lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und zugleich berüchtigsten Gestalten dieser Epoche gehörte. Sein Genie und sein ganzer Ehrgeiz beschränkten sich auf das flüchtige Reich der Gerüche. Sein Name war Jean-Baptiste Grenouille. Was soll das denn? Ich komponiere ein Parfum. Jedes Parfum trägt drei Akkorde in sich. Das heißt, es besteht aus insgesamt zwölf Noten. Aber ein wirklich einmaliges Parfum kann man nur komponieren, indem man eine besondere Note hinzufügt. Letzte Nacht habe ich geträumt, du seist tot. Ermordet, wie all die anderen Mädchen. Was auch immer in seinem kranken Hirn vorgeht, er wird nicht ruhen, bevor er auch dich hat. Jean-Baptiste Grenouille! Die heilige römische Kirche verhängt gegen diesen Mörder, diesen Dämon, die Strafe der Exkommunikation. Alle sonst üblichen Gnadenakte sind dem Scharfrichter ausdrücklich untersagt. Die Seele aller Wesen ist ihr Duft. Die Seele aller Wesen ist ihr Duft. Die Seele aller Wesen ist ihr Duft.